Das ist keine Miene, das ist ein Grab. Orks, Hilfe! Oh, Eisen, äh, Eisen sag ich, Gold! So, heute mal ganz ohne Mr. Skeleton, Sir. Was ist da los? Ne, Schwierigkeitsgrad haben wir, haben wir auch Hunger. Nom 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 nom. So, die zwei Türme. Der blaue und der rote Turm. Und hinab, 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 hinab. So, in welcher Richtung waren wir denn eigentlich da? Hier lang war das, oder? Yo, natürlich nicht. Dann war es links rum. Bin ich mir eigentlich schon fast sicher. Yes, that's right. So, fucking links, das bringt's, hier geht's weg. Hier haben wir schnell ein bisschen angeglichen, damit das noch was aussieht. Na toll, Sackgasse. Hätte ich mir das Angelegen sparen können. Warte mal, das schaut echt Banane aus, hier. Hier noch Fackel her, so. So, das ist der Weg nach Hause. Hier haben wir doch schon mal ein bisschen Lava. Der Tye ist einmal ausgekippt. So. Zack, zack, zack. Dann schauen wir mal. Ach, hey. Oh, cool. Redstone gefunden. Erde brauchen wir ja eh. Für unser Terraforming und so weiter. Und, ach du Scheiße. Ach du Heimatland. Kohle. So, pass Obacht. Wo sind wir denn hier? Momentchen. Was haben wir denn hier abgeknüpst? Lava? Ach hier, oh, äh. Hier war doch unser eines Lava-Becken, oder nicht? Wo ist denn die Lava hin? Komische Sachen passieren hier. Was willst denn du hier, Junge? Hier ist Helmpflicht. Kann ja wohl nicht sein. So, hier noch eine Fackel her. Da noch eine Fackel her. Dann gehen wir da mal Kohle abbauen. Fackeln bleiben stehen. So, schön viel Experienz wünsche ich mir. Boah. Boah. Da wird dann möglichst... Ein Diamant. Und wir haben unsere Spitzhacke nicht dabei. Ja, knarf, Junge. Wie kann man so hohl sein? Denk doch mal ein bisschen mit, wenn du Let's Plays machst. Ehrlich. Und du, halt die Fresse. Lach mich jetzt nicht aus. Noch ein Diamant. Noch ein Diamant. Haha. Wollen wir noch mal zwei Diamanten? Woh. Ich habe die Dollarzeichen in den Augen. Woh. Ich dachte schon. So, mal gucken, dass da auch wirklich alles safe ist. Oh yeah. So, einen kleinen Moment mal. Ich muss mal eben eine Runde husten. So, Test, Test. Warte. Ich muss hier mal ganz kurz prüfen. So, jetzt stimme ich wieder. So, wir müssen jetzt sofort zurück. Oh. Nach Hause. So, eigentlich sollte ich mir hier ein Waypoint setzen. Aber ich glaube, das finde ich schon noch. Ist ja nicht allzu weit. Hier geht's nach Hause. Hier geht's nach Hause. Und da geht's nach Hause. Zügig, zügig. Dass wir noch rauskommen, solange es hell ist. Hause fahren. Hause. Vergesst, ich tropse die Spitzhacke, wenn ich schon mal sag, wir gehen nach unten. Mann. Das ärgert mich jetzt persönlich schon mal wieder ein bisschen. Halt die Fresse. Ich habe keine Zeit. Ich habe es eilig. Nächstes Mal, wenn ich vorbeikomme, kriegst du aufs Maul versprochen. Nimm es mir aber nicht übel, Kumpel. So, und nein, das sind doch, äh, weil ich mal eine angeschrieben hatte, ähm, zwecks dieser, dieser, ja, Ausdrucksweise, die ich seit neuestem auf den Tisch lege. Äh, ich sag mal so, das ist ja alles nicht ernst gemeint. Das ist wie bei Battlefield, wenn ich mal wieder hier im Aufregemodus eine Runde zocke oder so und dann mal wieder meinen Pass habe einfach und dann irgendeinen Spruch raushaue. Ja, das geht ja gegen keinen persönlich, um Gottes Willen. Ich will damit niemanden beleidigen oder sonst was. Das ist einfach nur so, ab und zu muss man sich halt mal Luft machen. Manche kennen das. Manche auch nicht. Ich bin halt einer, der macht sein Hass einfach durchworten. Platz. Was ist denn mit dem schon wieder? Alter, ist der irgendwie grenztibil oder sowas? Das kann ja wohl nicht sein, dass der da einfach, oh, Momentchen. Dom, 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 dom. Ja, Gesundheit. Dass der da einfach gegen, äh, gegen das Land schwimmt und da einfach mal Schaden bekommt. Wisst ihr noch, wie wir das Teil hier gebuddelt haben? Hey, Kumpel, wo bist du denn jetzt? Oh, nein, du bist nicht mein Kumpel. Du kriegst höchstens mal eine zwischen die Augen, Junge. Alter, fall doch um. Hast du schon Fallschaden bekommen? Nein. Dass die Typen nie alleine kommen können. Oh, der war daneben. So. Mein Pfeil wieder mitnehmen hier. So, auf zum Diamanten. Diamanten. La la la. Freu ich mir wie Schnitzel in der Pfanne paniert und schön gebraten. Wir haben aber auch ein Mehl. So, das ging dann hier lang, glaube ich. Natürlich nicht. Ging das dann da lang? So, wir müssen auf jeden Fall wieder in den großen Raum. Hier ist er. Dann ging es hier lang. Und da sind sie auch schon, meine Diamanten. Mein Schatz. Strike. Vier Stück. So, aber da hinten, glaube ich, blubbert es noch ein bisschen weiter. Schauen wir mal eben, weil das klingt nämlich so aufdringlich. Nur mal gucken. Oh, hier geht es weiter, wie es ausschaut. So, warte. Ach nee, das geht, glaube ich, so. Mal schnell die Stegs da weg. Ach nee, Fackel geht trotzdem kaputt. So. Hallo. Hier mal daheim. Ah, hier geht es wieder nach oben, wie es ausguckt. So, Heimweg. Kohle und Eisen. Schöne Sache. Schönes Ding. Gleich raushauen, das Ding. So, jetzt sind wir, glaube ich, nicht mehr ganz auf Diamantenhöhe. Aber das stört ihr auch nicht. Wir sind ja nicht nur auf Diamantenjagd. Wir sind ja hauptsächlich auf Level- und Experiencejagd. Und das kriegen wir hier mit der Kohle eigentlich ganz gut hin, würde ich mal. behaupten. Haben wir hier noch diese einzelnen Fackeln? Ne, die haben sich schon irgendwann gestackt. Nice. Okay. Okay, man. Eisen. Eisen kann man ja auch niemals genug haben. Aber das ist halt auch nur ein Rohstoff, der in begrenzter Anzahl vorhanden ist, ne? Wenn es mal vorbei ist, ist es vorbei. Ach, hier kommen wir in bekannte Gefilde. So, hier gibt es... Da oben geht es nochmal weiter. Ja, sage mal. Das darfst du doch keinem erzählen. Hallo? Alter, der Typ, der muss direkt dahinter sein. Machen wir gleich. So, warte mal. Da müssen wir uns mal schnell ein klein wenig helfen. Ich wäre immer noch froh, wenn es für Eisen-Experienz gibt. Geben würde. So, da hinten geht es dann... Oh, Lapis. Hier geht es dann weiter, ja? So, machen wir uns mal einen schönen breiten Gang. Am besten drei breit. Fiep, fiep. Ne, Spinne kann jetzt noch nicht da durch. So, dann hat man hier einen schönen Fluchtweg. Gut so. Jetzt arbeiten wir uns mal fix zum Lapis vor. Na du? Hihihi. Hihihi. So. Wow. Junge, ich habe es meinem Bruder schon gesagt. Helm pflegt. So, Heimweg. Und Lapis. Ich mag Lapis. Falls ich es noch nicht erwähnt haben sollte. Weil Lapis ist blaue Wolle. Also im übertragenen Sinne. Man kann blaue Wolle draus machen. Ist nicht direkt blaue Wolle, aber blaue Wolle. Oh. Ist natürlich cool, dass ich da die Facken hingegangen habe. Na, Gnade. Oh. So, pass auf. Wir gehen als erstes da lang. Kommen wir denn hier hin? Stopf. So, Lava. Diamant. Ein Diamant, ein Diamant. Da, 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 da. So, als erstes. Kümmern wir uns hier einmal um die Lava. Alter, nochmal ein Diamant. Wie geil. So, als erstes kennt man ja Sifen. Ha, ha, hast du gedacht. So. Sauber, sauber. Gib mein Wasser wieder. So, aber nur einer ist mir jetzt persönlich ein bisschen wenig. Ich hätte gerne mehr. Und da klingelt es im Kasten. Level 25 ist erreicht. Nochmal mitmachen. Nochmal lose ziehen. Nochmal ein Level gewinnen. Dann lass das halt bleiben. Dann mach ich das alleine. So, ist aber ordentlich Kohle, was hier drin in der Wand hängt. Da können wir ein bisschen ordentlich produzieren. Alter, wie viel ist denn das noch? Können wir ordentlich produzieren, würde ich sagen. Wehe, da kommt jetzt irgendwo Lava raus. Dann beiße ich hier ins Mikro, Junge. Aber alles safe. Superst. Ab dafür. Da ist noch Eisen. Bock. So, schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Erde können wir sowieso brauchen. Diamanten nehmen wir aber noch viel lieber mit. Oh, da geht es noch weiter. Super, sag bloß, das ist jetzt alles so eine Einserdeckenhöhe, dass wir uns da komplett durchgraben müssen. Na, sage mal. Wer macht denn sowas? Fackel. Oh, Redstone. Stimmt, oben hatten wir auch noch Redstone. Den haben wir total vergessen, ne? Macht nichts. Macht nichts. Alles cool. So, sind wir hier irgendwo in bekannten Gefilden? Da hinten ist hell. Jetzt ist die Frage. Achso. Jetzt ist die Frage, ob wir da schon mal waren. So, als erstes machen wir hier erstmal alles begehbar. Vielen Dank. Da oben.